So Leute, diesen Donnerstag ist ja das große Battle zwischen Maidi und Zinnik. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass ihr da mehr Fitner zwischen den beiden macht. Dass wir da ein bisschen mehr Trash Talk haben. Vor dem großen Battle. Wer wird es gewinnen? Warum? Also Leute, markiert die. Macht ein bisschen Fitner untereinander. Am Donnerstag ist das große Battle. Und dort wird sich definitiv entscheiden, wer der Bessere der beiden ist. Donnerstag ab 16 Uhr wird das Ganze live gestreamt. Auf dem Banger Channel und auf Twitch, Leute. Seid dabei und macht ein bisschen Fitner. Ich markiere jetzt mal die beiden. Weil der Banger natürlich wieder sehr spendabel unterwegs ist und seinen Fans immer nur das Beste gönnt. haben wir natürlich auch das Insta-Land mit an Bord. Das heißt, wir haben die Top 8 vom Insta-Land am Start. Und dort werdet ihr diese Herrschaften wiedersehen. Wir haben da nochmal uns was Geiles überlegt. Also Leute, seid dabei, schaut es euch an. Es wird wirklich eine sehr, sehr geile Show. Und sowas Vergleichbares hat es in Deutschland bis jetzt noch nicht gegeben. Natürlich wird dort auch der Sieger für den Benzmann Sori ermittelt. Und zu guter Letzt haben wir nochmal, wird da nochmal gezockt, ne. Aber für den guten Zweck. Ihr wisst, wenn der Banger zockt, wenn er sich da auf Glücksspiele einlässt, dann natürlich nur, um anderen Menschen da nochmal zu helfen. Also für den guten Zweck. Platin Casino hat uns dabei auch unterstützt. Und natürlich ein großes Dankeschön an Amazon und auf Level, die uns bei der ganzen Sache sehr, sehr stark unter die Arme gegriffen haben und das alles möglich gemacht haben. Ich freue mich auf Donnerstag. Abonniert den YouTube-Channel. Abonniert unseren Twitch-Channel. Und seid dabei.